Servus, willkommen zum nächsten Player Review hier auf dem Kanal und ihr seht im Hintergrund einen Fragezeichen-Spieler für den hohen Preis. Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Na, es ist natürlich Cristiano Ronaldo! Ja, 1,35 Millionen kostet er auf der Xbox, 1,6 Millionen auf der PS3 und 5,3 Millionen quasi ein Schnäppchen auf dem PC. Der 92 geratete linke Flügelspieler von Real Madrid, der nebenbei bemerkt Portugiese ist, hat 92 Pace, 92 Dribbling, 90 Shooting, 80 Passen, 87 Kopfball und 48 Defending, die er natürlich nicht wirklich braucht als linker Flügelspieler. Ich werde euch im folgenden Review erzählen, ob Cristiano Ronaldo sein Geld wert ist und natürlich auch meine eigene Meinung über ihn kundtun. Ich hoffe, euch gefällt das Review. Viel Spaß! Im Hintergrund seht ihr jetzt mal wieder das Team, in dem der Max den Cristiano Ronaldo getestet hat. Es ist ein bisschen Hybrid, eigentlich nur Liga BBVA und ein bisschen Paris Saint-Germain. Siri gut, Thiago Silva, Van der Ville, Beckham, Ramos, Xabi Alonso, Xabi, der übrigens auch ein richtiges Biest ist, Marcelo, Di Maria, Messi, zu der natürlich auch noch ein Review kommt. Und zwar ratet mal, wann? Ja, vielleicht nächste Woche? Könnte man so denken? Vielleicht mal sehen, ihr werdet es erfahren. Und links natürlich Cristiano Ronaldo. Ich habe leider die Stats verschlampt und das Video auch, wie viele Tore er gemacht hat und so. Das ist ja alles nur ein Screenshot. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber es waren auf jeden Fall einige, das lasst euch gesagt sein. Jetzt kommen wir zu den In-Game-Stats. Da habe ich ein bisschen rumgefällt, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Wir sehen uns dann gleich wieder bei den Highlights. Wir kommen zu den In-Game-Stats und seine In-Game-Stats sind richtig, richtig heftig. 97 Ballkontrolle, 86 EFE, nein, 86 Flanken, Entschuldigung, 92 EFE, 93 Dribbling, 95 Abschluss, 82 Freistoß, Präzision, 89 Kopfball, 73 lange Pässe. Das ist der einzige gelbe Stat in seinen Skill-Stats. Jetzt 96 Fernschüsse, 23 Mann-Deckung, 88 Elfmeter, 84 Kurzerpasses, 98 Schusskraft zusammen mit dem Longshot-Täger, den er hat. Und 96 Fernschüsse, das ist absolut monströs, vielleicht sogar ein bisschen zu stark. Schon 23 Kretsche, 33 Fährer-Zweigkampf, unwichtig. Und 88 Volleys, das ist einfach der perfekte Spieler, wenn man dazu noch sieht, was er an mentalen und physischen Attributen hat. 67 Aggression ist in Ordnung, auch wenn er in der Realität ein bisschen impulsiver ist, meiner Meinung nach. 25 Abfang ist in Ordnung, braucht er nicht. 88 Stellungsspiel, perfekt für den linken Flügel, dass er immer richtig steht. Übersicht ist auch in Ordnung für Flanken und für längere Pässe, auch wenn er die ja sowieso nicht so gut schlagen kann. Und seine körperlichen Attribute sind dann einfach nur noch, die schlagen ihm fast den Boden aus, das ist nicht mehr normal. 90 Antritt, 95 Beweglichkeit, 76 Balance, 96 Sprungkraft, da eskaliert er vollkommen. Wenn ihr euch bedenkt, dass der 1,86 groß ist, dann die 96 Sprungkraft und 89 Heading Acceleration, also Genauigkeit, dann ist das der absolute Hammer. 93 Reaktion, 95 Sprunggeschwindigkeit und 80 Stärke, das ist einfach Wahnsinn für einen linken Flügelspieler, der auch noch so groß ist und auch noch so schnell ist und alles mögliche. Das ist quasi Emenike, nur dass er viel, viel bessere Skillstats hat, also von den physischen Attributen her. Ja, 27 Jahre alt, ein 86 groß, 84 Kilo schwer, nicht so wichtig. Portugal ist eine vernünftige Nation, linker Flügel, linkes Mittelfeld, Stürmer und rechts Mittelfeld kann er spielen. Den kannst du aber auch als Center-Forward hinstellen, das ist, denke ich mal, Nita's Problem an. Den kannst du ihn dann nicht dazu transformieren, zumindest nicht in Ultimate-Team oder beziehungsweise erst in-game. Rechtsfuß ist er, 4-Star-Weekfoot dazu, hohe Arbeitsrate im Angriff, niedrige Defensive, das ist einfach perfekt. Und die Firestar-Skills runden ihn einfach mal nochmal so ab, dass er der absolute Wahnsinn ist. Dazu hat er die Traits Longshot-Taker, Speed-Dribbler, Flair, Diver und Power-Free-Kick. Also auch seine Traits lassen nichts zu wünschen übrig und er ist einfach, was die Stats angeht, der beste Spieler, der regulär zu haben ist. Wir kommen jetzt im Hintergrund zum Gameplay und ein bisschen zum reviewenden Teil dieses Reviews, also quasi dem, was dieses Review eigentlich ausmachen sollte. Boah, bin ich am Scheißelabern heute wieder, aber egal. Wir fangen erstmal an mit den positiven Dingen über Cristiano Ronaldo. Wo soll ich anfangen? Ronaldo ist für mich der beste Spieler im Ultimate-Team, einfach weil er so gut wie alles kann. Das heißt, so gut wie alles. Eigentlich kann er wirklich alles. Es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Positive Dinge, die mir zuerst einfallen, sind, dass er sehr schnell ist, 92 Tempo, das zeigt sich auf jeden Fall, auch wegen seiner 80 Stärke. Er ist nämlich auch stark. Er ist definitiv stark und schnell, das fühlt man. Wenn er am Ball ist, einfach weil er, trotz dessen er diese gute Ballführung hat, sehr schnell wirkt. Walker beispielsweise hat nicht so gutes Dribbling, deswegen wirkt er so schnell. Wenn ihr Messi habt beispielsweise, okay, Messi ist ein schlechtes Beispiel, wen gibt es denn da noch so einen guten Dribbling, der schnell ist? Neymar zum Beispiel. Neymar oder Lucas Inform kommen mir nicht so schnell vor, wie die Karte sagt. Einfach weil das Dribbling zu nah am Fuß ist und sie wegen dem Dribbling ein bisschen langsamer sind. Bei Ronaldo ist das nicht so. Keine Ahnung wieso. Vielleicht liegt es an der Stärke. Kann natürlich gut sein, weil er einfach auch die Gegner wegteckeln kann und dadurch nicht an Geschwindigkeit verliert. Perfekte Ballführung hat er auch, habe ich gerade schon gesagt. Das ist Wahnsinn. Der Ball klebt an seinem Fuß und besser geht es eigentlich nicht, was Ballführung angeht. Dann seine Longshots. Das, was Cristiano Ronaldo auch in Realität schon ein bisschen ausmacht. Ronaldo hat einen unglaublich guten Longshot. Die dippen bis sonst wohin. Also egal von wo ihr schießt, der Ball geht hundertprozentig immer aufs Tor. So kam es mir zumindest vor. Immer senken sie sich im genau richtigen Moment und der Torwart hat immer Probleme, ihn rauszuboxen. In jeder Situation. Außerdem kann er von überall schießen. Was natürlich auch bedingt ist durch den 4-Star-Weekfoot. Der sich eher anfühlt wie ein 5-Star-Weekfoot, allerdings noch nicht ganz wie ein 5-Star-Weekfoot, deswegen eher 4,5. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er einen guten Linkenfuß hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Dazu die kranke Schusspower. Du kannst mit ihm wirklich von außerhalb des 16ers zu 97% sicher sein, dass der Ball reingeht. Er hat fast jeden Ball, jede Chance, die er hatte, reingemacht. Egal von wo, er haut drauf, Ball ist drin, wegen dieser immensen Schusskraft. Das ist einfach so und das finde ich extrem geil bei ihm. Die 5-Star-Skills, auch bei ihm wunderbar. Er ist schnell, er ist agil, er hat ein gutes Dribbling. Er kann schnell, wenn er einen Trick gemacht hat wie ein Rabona-Felk, sich durchsetzen wegen seiner Körperstärke. Das ist alles wunderbar, da gibt es nichts zu bemängeln. Er ist groß, sprung- und kopfballstark. In der Folge natürlich dazu, dass er sprung- und groß ist. 89 Heading Accuracy heißt es natürlich, so war es genau. Das sagt schon einiges aus und seine Größe, das passt perfekt zusammen. Wenn eine Flanke kommt, ihr seht auch in den Clips, ziemlich viele Kopfballtore. Das ist sehr, sehr nice, vor allem bei meinem Spielstil. Dann hat er gute Freistoß. Ihr habt das eine Ding am Anfang gesehen, ich habe leider nicht so viele aufgenommen. Aber er hat doch einige Freistoßtore gemacht. Negativer Punkt dabei ist, dass seine Freistoßpräzision runtergegangen ist. Aber aufgrund seiner Stärke macht das fast gar nichts, weil auch seine Freistöße dippen wie sonst was. Das ist richtig, richtig nice. Und sie gehen im richtigen Moment runter und die Schusskraft und alles mögliche. Und du kannst sie einfach um die Mauer drehen und das ist einfach geil. Cristiano Ronell, du hast eine geile Freistoßtechnik. Das wissen wir alle, sieht man auch in Realität. Gerade erst wieder gegen Bilbao. Ein Freistoßtor gemacht, gleich am Anfang der Partie. Das ist wunderbar. Was mir auch aufgefallen ist, positiv natürlich wieder immer noch. Ihr könnt auch mal sehen, wie viele positive Aspekte wir zu Ronaldo haben. Sind die guten Pässe. Man würde vielleicht bei 80 Passen nicht solche Pässe erwarten, wie Ronaldo sie spielt. Bedingt durch Flair teilweise mit Rabona-Pässen und sowas. Aber auch mit dem Außenriss die Pässe. Spielt er die sehr gut. Wenn man zusammen mit Messi in der Spitze spielt, spielt er sehr viele Pässe mit dem Außenriss. Einfach nach vorne zu Messi oder auf Außen, auf die Maria oder auch im Mittelfeld Doppelpässe. Das spiele ich ja sehr gerne. Nach vorne und dann ist man schön frei vom Tor und Ronaldo, dann machst du einfach bumm und der Ball ist im Tor. So sieht das aus. Ja, dann nächster positiver Aspekt und zwar der letzte, der mir hier so einfällt, ist, dass er sehr leicht zu verlinken ist. Was natürlich eindeutig ist. Ich meine, Freunde, ganz im Ernst. Liga BV ist eine Liga, mit der man sehr, sehr gut umgehen kann. Da gibt es sehr viele gute Spieler. Stürmer, Messi, okay, Benzema, Falcao, alles mögliche. Rechts gibt es vernünftige Spieler. Links gibt es vernünftige Spieler, wenn man irgendwie 3-4-2-1 machen will. Zentral, Xabi, Alonso, Xabi, Iniesta. Ach nee, Iniesta ist ja links. Aber Team of the Year, Iniesta, wenn man sich ihn leisten kann. Özil, Modric, Esjen. Wieso fallen mir gerade gar keine anderen Spieler ein außer Barcelona und Dings? De Marcos, okay, der ist schnell. Scheiße, warum fallen mir keine anderen Spieler ein? Thiago, alle möglichen Spieler halt aus der Liga BV A. Verlinken sich gut mit ihm. Er hat Perfect Links mit Cointrao, mit Pepe. Und das ist schon nice, auch wenn man, naja, Cointrao und Pepe eigentlich nur benutzen kann, wenn man irgendwie 4-4-2 spielt oder halt irgendeine, wo man eben im linken Mittelfeld spielt. Was ich aber nicht machen würde, weil er im linken Mittelfeld irgendwie fehl am Platz ist. Der muss auf dem linken Stürmer spielen, im linken Flügel. Und das ist sein erster negativer Aspekt. Im linken Mittelfeld ist er wasted. Da lohnen sich die 1,3 Millionen Coins einfach nicht. Stellt ihn da nicht hin, macht den Fehler nicht, spielt ihn als Stürmer, denn das ist seine eigentliche Aufgabe, Tore schießen und nicht irgendwie Pässe spielen und ein bisschen nach hinten aushelfen. Das macht er nicht, auch wegen seinen Workrates, die ja High-Low sind. Der nächste negative Aspekt ist, dass sein Schuss vielleicht schon ein bisschen zu stark ist. Seine Schusspower ist immens, das habe ich ja schon mal gesagt, gerade eben. Und das bewirkt manchmal, dass der Ball vielleicht ein bisschen zu hoch geht, dann halt gegen die Latte und sowas. Das ist schon ein bisschen doof, aber wenn man ihn richtig spielt und wenn man Glück hat, dann dippen die Longshots trotzdem im richtigen Moment und der Ball geht rein und aus den 20 Metern, mein Gott, da ist die Schusspower dann wirklich gerade noch so, dass man sagt, sie ist nicht zu hoch. Was dann noch ein negativer Aspekt ist, dass er ziemlich oft hinfällt. Ihr habt es gesehen bei dem 1,5 Meter, wo er sich durchgetankt hat. Es ist natürlich doof, wenn er in manchen Situationen einen Freischuss, wo du trotzdem noch eine Chance hättest, fällst. Aber das liegt halt an diesem Diver-Trade. Auch wenn er den in Realität, finde ich, gar nicht so immens hat, wie manche andere Spieler. Also Diver heißt ja Schwalbenkönig quasi. Das ist in Ordnung, aber es nervt vielleicht manchmal schon. Und das Handicap ist natürlich scheiße bei ihm. 92er Rating, das zieht das Handicap online schon ein bisschen hoch, das habe ich auch selbst gemerkt. Aber das Team hatte irgendwie erstaunlicherweise fast keins, obwohl da sehr viele hohe geratete Spieler drin sind. Komisch, aber egal, auf jeden Fall, Handicap ist noch ein negativer Aspekt. Das war es dann aber quasi auch und wir kommen so langsam, langsam zur Bewertung meiner persönlichen Bewertung. Ich gebe Cristiano Ronaldo persönlich 10 von 10 Punkten. Er ist mein Lieblingsspieler in Ultimate Team, so viel kann ich jetzt ja endlich mal sagen. Ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen. Schade, dass ich ihn zurückgeben musste, aber danke nochmal an Hello, I'm Pumbit, beziehungsweise Pumbit Gaming auf YouTube. Danke dafür, dass du mir ausgeliehen hast, genau wie Messi für die paar Tage, das war echt eine richtig nice Aktion von dir. Hast auf jeden Fall einen bei mir gut. So, der Preis ist in Ordnung, ist angebracht für ihn. Allerdings, wie gesagt, er ist halt mein Lieblingsspieler, ja auch in Realität finde ich ihn besser als Messi und auch in FIFA ist er besser als Messi. Und in Realität wird das immer bleiben, basta, muss man jetzt nicht drüber diskutieren, will ich auch gar nichts weiter sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt er von mir 8 von 10 Punkten, einfach weil er zwar der biestige Spieler ist und sein Geld auch wert ist, aber es können sich ihn halt wenige leisten und das ist so ein bisschen das Problem. Ich hoffe, dass das Review euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und welchen Spieler ihr nach Messi, der übrigens nächste Woche kommt, als nächstes sehen wollt. Bis dann, haut rein. Ciao.